hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren minecraft season zu minecraft season 11 mit der sophie guten tag und tag und wir haben den besten spawn aller zeiten relativ nah der border 1000 in die richtung ist die border aber sieht schon verdammt schön aus lassen wir haus bauen ja und das ist deine erste minecraft season und freust du dich trinken was machst du da ja machte doch erst mal sachen du weißt dass die leder droppen so früh anfängt zu regnen ja weil es jetzt regnet übrigens mit unserem ganzen rausch haben wir nicht mit haben wir die oxydese vom sporn nicht mitgenommen ja ja kommt kommt zu mir hier spitzhacke spitzhacke weißt du was ich in minecraft doof finde das was ja das kann nicht sein aber ich finde die sollten regen ist halt immer so global ne ich finde die sollten machen dass der regen auch so 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 lokal sein kann genau hier vorne ist schon die border ne ich wollte übrigens schon mal vom blitz getroffen in der minecraft season hast du dich aufgeregt hast du dich aufgeregt nein fand lustig weil die wahrscheinlichkeit voll gering ist oh ich mach hier die oxydese mit ne yes ja wie viele skelette hier sind oh die zombies hinter dir ich hab immer schon vier stück dann ist noch eine ja ach du creeper und skelett lu au das wird man schaltplatte fahren und haus bauen oder hier ist ein Affiliat das hier beschengen mag ich Students ja nee habe ich neun stück Nice. Okay, dann komm. Oh, lol. Aber wir können doch sterben, oder? Ja, deswegen gehen wir da nicht rein. So, kommen Sie einfach mit. Da ist Luke, oder? Ah, Oxydaisy. Ja, wir haben mit. Wie ich weiß, brauchen wir die. Guck mal, wie viel Leben gibt es. Da bin ich mit meinem halben Herz der schnellste Tod. Lol, da ist ein Pillager hinter dir, Lauf. Das ist zwar ein Krieg, aber ich gehe mir die auch noch mal. Ich habe jetzt 20. Ja, ist jetzt gut. Okay, okay. Tut mir leid, tut mir leid. Ich muss hier nicht schlafen. Finde sie nicht. Ah, doch da. Kann man da einfach runter springen? Nee, nee, nee. Wichtig ist vor allen Dingen nicht auf die Stalagmiten. Die killen dich instant. Lol, ich wäre beinahe tot. Das wäre so funny gewesen. Was hier? Wo bist du denn da an der Schlucht? Äh, keine Ahnung. Ich gehe da jetzt mit Wasser runter. Hä? Ich sehe deinen Namen halt legit nicht. Du bist nicht in der gleichen Höhle wie ich. Ich bin 659. Nee, du bist nicht in der gleichen Höhle. Aber das ist so eine Riesenschlucht. Ja, geh da trotzdem einfach runter. Und wir farmen quasi Sachen und treffen uns dann irgendwie unter der Erde. Befolge einfach den Guide. Und ich habe kein Essen mehr gleich. Hast du dich an den Guide gehalten und hast ein bisschen Essen gefarmt? Na, nicht. Na. Ich hatte vier. Ich hatte vier Hammels. Das ist das gute Zeug. Aber. Ich habe Angst. Nein! Oh! Ich habe mal geschossen. Das war knapp. Not gonna lief. Das war wirklich sehr knapp. Bist du nicht? Also Glück ist schon mal auf unserer Seite. Hat niemand gesehen. Ich sehe es halt auch erst nachher. Ui, dann wird das Schneiden actually mal spannend. Ich habe schon mal eine Iron Chest Plate. Ich habe auch Bohnen jetzt, falls wir Hunde finden. Du meinst Knochen. Äh, ja, ja, ja. Meine ich. Okay. Zwei Stück. Ich habe erstmal Schaden bekommen. Einhalb bis jetzt. So wie immer. Aber ist nicht so schlimm, ne? Weil wir haben ja Pilzsuppen. Ja, noch nicht. Ja, aber so gut wie. Soll ich einmal craften? Äh, yes. Du hast den Guide nicht aktiv. Mach zwei. Doch, ich habe den aktiv, aber ich lese es nicht. Achso. Ich bin konzentriert. Oh, Creeper. Fußspun. Ach, das ist die Höhle, die du meintest. Und da hat bestimmt nicht jemand seinen Ofen einfach stehen gelassen. Ja, da sind auch noch Sachen drin. Ich wollte da wieder zurück. Boah, ich habe so Loot gefunden von anderen Leuten. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Der Creeper hat ja gemacht. Weil er runtergefallen ist. Achso. Kannst du mir noch ein bisschen essen gehen? Ja, ja. Äh, ich habe genug. Willst du Hammelfleisch oder was willst du nehmen? Ja, du hast ja was Eisen aufgesucht. Ich will hier wieder was rein. Hast du jetzt halt das Eisen rausgenommen, weil ich gerade habe ich schmelzen. Du hast ja auch mein. Ja, zwei Stück. Ja. Nur vier. Okay. Ich schau dir jetzt das Hammelfleisch. Ich bin sowieso eher der Fan von Schweinefleisch. Ich weiß ja auch immer, ich Redstone abbau, aber ich will Redstone. Hier ist mein Schäft. Poggers. Und ich bin fast gestorben. Louis. Oh oh. Äh, gibt Spingen. Spingen. Bitte nicht. Bitte nicht anfassen. Ja, gib ein bisschen Def. Nicht so, nicht so, nicht so. Ich achte mich mal. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schockkrieg. Immer mal ein bisschen Cockrook mit hier. Wenn wir Pfeile machen wollen. Yes. Lol, hier ist ein Mindshäft. Da ist ja nichts zu laufen. Ich wollte das Skelett erst töten, bis die Zuschauer fertig waren, bei dir zu schauen. Ich bin fast gestorben. Ja, was heißt gestorben? Komm, komm mal her, komm mal her. Was ist der eigentlich? Warum ist die in den... Den Tommy nicht fucking... Vacation. Zombie on vacation. Oh, ich zu... Kann man die auch blocken? Nein, nein, nein. Nicht, 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 nicht. Okay. Okay, Sophie, jetzt kommen wir hier zurück. Warte, hier oben ist ein Spanner. Ja, weg davon. Weg, weg, weg. Achso, so einer. Ja, easy. Den bin ich los. Oh, Mann. So, jetzt kommen wir her. Das wollte ich schon die ganze Zeit geben. Dann restliches Hammel vielleicht. Ja, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Ich habe noch nicht komplette Rüstung. Ich auch nicht. Mir fehlt noch ein Helm. Okay, ich brauche noch die Schüchen. Wie viel Eisen hast du? Äh, drei. Willst du eins haben, dann kannst du den dir schon mal schon machen. Äh, Oh! Töte sie. Alter. Ich habe sie dreimal geschlagen. Zurück, zurück, zurück. Der Kasten geht weg. Leute! 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 Oh Mann, was ist das hier eigentlich? Ich komme hier lang. Gold? Nein, 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 bitte weg. Das ist auch noch Eisen. Ich mache den Weg hier schon mal so viel sicher. Oh Mann, ey. Ich habe schon drei Herzen verloren. Oh, hier ist noch ein Spawner. Nee, ist es... Nee, 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 nee. Ich dachte... Hast du das Eisen mitgenommen? Ähm, na klar. Nein, dann geht's zurück und holt das Eisen auf den Weg. Es ist Abhang gekommen. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ja, wo ist das denn? Ich gaslighte nicht, ich gerade. Ja, wo ist das? Das war auf dem Weg. Irgendwie rechts. Wenn du zurück gehst, rechts. Wenn du hingehst, links. Oh, lol. Was ne... LOL. Hier können wir so hart ein Haus bauen. Und hier ist so viel Eisen. Holy. Alter. Du darfst doch ein Eisenhaus bauen. True. So wie damals. So wie damals. LOL, was ist das denn, hä? Krass, oder? Guck dir mal. Guck dir mal. Ey. Ist das random? Ja, was ist das denn? So lass mir... Aber wir können hier Dings bauen. Ja, brutal. Wir können das jetzt schon bauen, ne? Wir haben zwei Eimer. Ja, ja. Ich mach das gleich. Guck du, ob du Dias findest oder so. Ja, mach ich gern. Alter. Also, fünf Dias reichen, ja? Yes. Hast du? Ja. Okay, dann auf geht's zurück. Achtung, Skelett. Auf geht's zurück? Warum zurück? Zur Base. Zu welcher Base? Ja, hier, wo ich die Öffnung gestellt hab. Dann kannst du mich verarschen. Auf geht's zu Hause. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich mach dir einen Helm, okay? Ja. Bitteschön. Oh, simpel. So, dann kannst du schon mal hier ein bisschen Obsidian abbauen. Wie viele soll ich? Ich hab eins, also drei Stück. Hier hast du noch eins. Insgesamt brauche ich drei. Äh, nee, vier. Dann brauche ich noch drei. Ja. Hast du Leder? Ja, hab ich. Oh mein Gott. Weil ich mich an den Guide halte. Irgendwann Leder für die Dings. Erstmal jetzt in die Lava schmeißen. Das ist genau ein Leder. Hast du, ich hab nur einen Pfeil und du? Fünf. Oh, aufpassen. Nichts abbauen, nichts abbauen, nichts abbauen, nichts abbauen, nichts abbauen, nichts abbauen. Komm mal weg. Weil das ist vermutlich Fake-Revel. Nee, ist es nicht, okay. So, äh, Quadrantentechnik rausholen. Ähm, was ist das denn? Hm, Strider. Also ich, ich, äh, notier mir die Chords vom Portal. Minus 60. Wie haben wir hier einen guten Spawn? Gar nicht. Da, schauen wir jetzt mal. Äh, Note, äh, nicht so nah an den Lavasee gehen, weil, ähm, äh, Seelensand ist tiefer als ein normaler Block. Das heißt, wenn du jetzt, äh, zu nah an die Lava gehst, brennst du. Ja, was ist da denn rechts? Guck mal. Hä? Da rechts, ist vielleicht das Weiße, diese... Das sind Knochenblöcke. No. Da kriegt man da Knochen raus? Äh, nur Knochenmehl. Oh, okay. Dann lohnt sich das nicht. Äh, ist hier irgendwo eine Bastion? Oder so, siehst du das? Ja, nicht. Ja, hier ist eine Bastion. Oh no. Oh nee. Wir wollen keine Bastion, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin halt Half-Life jetzt, ne? Ja, nee, dann wollen wir das nicht. Äh, dann müssen wir... In die Richtung müssen wir... Boah, dieses... Oh mein Gott, das nervt mich so hart gerade, ne? Was? Dass man so langsam ist auf den Blöcken. Da ist ein Gold-Skelett. Oh, Gold-Schuhe. Oh, schicke Schuhe. Das ist ein Gold-Block. Hey Leute, noch was... Das ist ein Gold-Block. Was? Soll ich den Gold-Block der holen? Ähm... Meinst du, haben wir das Gold mitgenommen? Hast du das mitgenommen? Äh, nee, nee. Beim Portal meinst du das? Oder meinst du das in den Öfen? In den Öfen? Ja, das hab ich mitgenommen. Die Öfen hab ich mitgenommen. Muss aufpassen, jetzt lauf! Okay, wir müssen in die Richtung. Ah, ich wär schon längst gestaunt. Sagst du? Hier nix platzieren. Hier nix platzieren. Hier nix platzieren. Okay. Das ist belastend. So, komm mal ja. Ah, nee. Warte, warte. Wow. Du wirst darauf sneaken. Warte, ich will nur gucken. Jetzt nicht auf den Gravel. Okay, das ist normaler Gravel-Bin. Alter, so viel. So viel nicht so nah an den Gravel, bitte. Darauf sneaken kannst du, dann kriegst du kein Damage. Ja, aber ich möchte mitnehmen. Warum? Ja, falls andere uns verfolgen. Ja. Meinst du, es ist nicht so nah an? Nee. Nee, warum? Weil ich dich damit auswahrt, dass du ihn tötest. So, guck mal, das Dorf. Okay, ist immer noch. Oh, was hinter dir? Alter, Jesus. Ich hab schnell zugeweilt. Ich hab dich gerettet. Alter. Ich hab dich fast getötet. Okay, du tötest mich fast und dann... Ich hab dich gerettet. Äh, 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 nene, 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 nene. Er ist... Okay. Du denkst, es gibt es nicht, aber es gibt es echt. Hä? Ich hab geblockt. Vermutlich eine Sekunde zu spät. Ich hab ein reines Herz, ne? Dann mach dir mal eine Pilzsuppe. Ich hab keine braunen Pilzsuppe. Ja, komm her. Ja. Du weißt, wie das geht? Glaub ich. Hoffe ich. Könnte ich sehen. Erstmal brauchst du eine Pilzbowl. Ich hab so viel im Inventar, was ich nicht brauche. Ja, dann... Nein, Tag. Rote Biete. Lass mal Haus bauen. Sack, ich sterb wieder hier. Nede. Das ist so blöd, ey. Das ist ich unglaublich. Aufpassen, Lauch. Oh. Du solltest dich nicht wieder runterbauen, ne? Ich hab da Public abgebaut. Ich hab da mit mir schwachen, Scheiße. Da oben sind Pilzessen. Ja. Oh, Gas über uns. Ne, nicht schieß, nicht schieß, nicht schießen. Wir brauchen die Falle. Wir brauchen die Pille davon, ja? Äh, ja. Ne, Leute, das ist gar kein Pilzessen. Aufpassen, der Gas kommt sehr nah. Schieß auf mich. Schieß auf mich. The Dog. Hey, was schießt du? Ja, ich wollte, dass der Gas auf mich schießt. Du musst die zurückhauen. Nein, ich kann die nicht schießen. Oh, Dog. So. Aber, wir haben jetzt ne, hast du, hast du Gunpowder dabei? Ne. Schade. Oben ein Enderman? Ja, nicht angucken. FaceClan-Logo. Das ist wirklich FaceClan-Logo. Leute, walkie-talkie-talkie. Okay, okay, okay. Sass. Was soll das? Hello. Sie haben den MLG nicht geschafft. Okay. Da sind zwei. Ich hab eins. Ohoho. Okay. Weiter auf dich. Okay, ich krieg das hin. Sophie, watch and learn. Ah, das war Klaus. Guck mal, ob da unten schießen, Mann. Nee, weiter auf dich schießen. Aber immerhin nicht als erstes rausgeflogen. Mann. Hier sind ja auch noch Skelette. Oh, ich bin tot. Oder auch nicht. Mal schauen. Ich brauch unbedingt gleich mal Heilung. Wenn's geht, bitte. Wenn wir keine Pilze finden, dann wird das gar nichts. Das ist ein Wöses. Da drum sind Pilze. Wo? Da drüben. Da, wo die Lava ist. Ohi. Aber das sieht so aus. Ach nee, das geht. Einfach hier so ein bisschen. Um. Um. Ja, das kriegen wir hin. Komm. Aber auch nur rote. Hast du noch braune? Nein. Aber Pilze sind Pilze. Erstmal. Wenn wir dann ganz viele braune finden, dann sind wir glücklich, dass wir die rote mitgenommen haben. Cope. Guck mal, die anderen haben noch so viel Leben, ne? Aber haben die so ein gutes Video? Alle paar Sekunden sterben wir voll. Beziehungsweise ich. Du versuchst mich zu retten und stirbst dadurch was. Oh nee, gar keinen Bock auf die Magma Slimes, ne? Da ist einer. Hey, der ist einfach in den Dings gespawnt. Nen Gast. Was war das denn? So, das ist zu ultra gefährlich. Ich mach's schon alleine. Du sollst nicht in Gefahr begeben. Oh shit. Wie schaffe ich das besser? Das Problem ist, der Gast nervt halt unnormal. Ich bin fast in Lava gesprungen. Bitte nicht. Ja, ich mach nicht. Ich bin nicht darauf, denn ich bin voll mit Schubkrieg. Oh, tot? Nee. Ich hab halt nichts zum Schießen, sonst würde ich ihn abschießen. LOL, der ist direkt neben mir. What the fuck. Ja. Ich hab ein halbes Herz. Ich hab ein halbes Herz. Oh nein. Und hier sind überall Magma Slimes bei mir oben. Du willst erst mal weiter und ich versuch dich irgendwo anders hinterzufinden. Ah, Sophie. Der Magma kommt. Der Magma kommt. Kackertauer. Oh no. Und da unten ist das Skelett, das ist noch schlimmer. Oh no, 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 no. Ich hab das Skelett gesehen. Ein bisschen Abstand halten, ne? Ich halte Abstand. Armlänge. Armlänge. Aufpassen, das ist ein Skelett. Nicht, 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 nicht. Du hättest mich beinahe umgebracht. Hinter der Wand ist nämlich Lava. Ich hör dich nicht, warum? Ich hör dich nicht. Nee, ich hör die nicht. Ach so. Ja, weil es stehende Lava ist. Nee, weil ich vorhin alles ausgemacht habe, weil irgendwer als Sounds geswammt hat. Hast die falschen Koordinaten aufgeschrieben. Nein. Ich doch nicht. Wo sind das Total dann? Ja, was denn? Beende ich die Aufnahme jetzt? Um zu gucken. Hä, wo? Ein bisschen Schmunt ist immer bei den Koordinaten. Ich runde das halt auf. Loll. Oh mein Gott, die Boah. Hier ist die richtige Seite. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Geht das hier? Am unten rum? Fuck. Lass mal oben machen. Komm mit. Loll, wir sind in der Ecke, oder? Achtung, Creeper. Du hast ein halbes Herz. Juni. Oh, explodiert er nicht. Noch einer. Carsten. Sophie. Ja. Wie haben wir das überlebt? Wollen wir ausprobieren, ob das hier funktioniert? Ja, es muss aber dunkel sein dafür. Als ob. Ja, deswegen wollte ich das in der Höhle ausprobieren. Da bist du, oder? Nee. Ja, das bist du. Da, da, da. Hier kann ich doch den Pilz platzieren. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, gar kein Bock. Oh no, hier, Fußspuren. Ich hab'n Pilz. Echt? Da vorne, da vorne, da vorne. Wie baut man den ab? Wie baut man den ab? Wie? Wie man den abbaut. Äh, mit Axt. Axt? Aber da kommt nichts raus, wenn ich den mit Axt abbaue. Doch. Musst du mir einfach so viel wie es geht abbauen. So viel wie es geht. Komm her, komm her. Komm her. Oder komm nochmal zurück zu sowas. Ey, 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 ich bin unterwegs. Oh mein Gott. Hä, wo hast du den denn da drin, oder was? Ist da ein Zombie oder so? Ja, ich seh' dich. Schiech. Oh, bei dir ist ein Zombie. Äh, platzier' den mal hier. Einfach. Oh no, warte. Hier unten, ja. Oh no, oh no, oh no, bitte. Nein. Ich hab' den nicht hinbekommen. Wir hätten'n Baum mir mitnehmen sollen. Möchtest du trotzdem eine Suppe machen für dich? Eine Suppe wär' nett. Aha. Hier hast du die Hälfte. Danke. Dahin sind Bäume. Wir müssen halt versuchen, Äpfel zu bauen, ne? Ja. Oh, es tut so gut jetzt einfach nicht die ganze Zeit ein, bis jetzt, ähm. Aber du hast Vorsicht der Ecke gespielt. Ja, ein bisschen. Mach mal ne Workbench, damit wir hier ne Hose machen können. LOL! LOL! Hahaha! Da fliegt ja richtig gut aus. Kannst du, hast du Cobblestone? Ne, ne? Ne, ich versuch'n. Ding nach oben bauen. Äh, ja, hier hast du eine. Hab' Naffe. Keiner versuch'n. Hast du da noch'n Apfel? Bockers, kannst du mir gleich geben. Hab' noch'n Apfel. Da kann'n wir. Zombie. Okay, meine Hose kaputt. Gib Apfel. Oh, Apfel. Gib mein Apfel. Geil. So. Wie lang, wie viel heilt das uns? Ist die Frage. Zwei Herzen plus zwei Zusatzherzen. Oh, wie groß der Apfel bei mir ist. Hast du, wegen, wegen diesem, wegen diesem Ding, wegen dieser. Comically Large Apple. Äh, hast du, hast du, ähm, Wolle mitgenommen? Hab' keine mehr. Aber wir können welche suchen gehen. Wegen Bett bauen. Ach so. Naja, dann müssen wir welche suchen. Und wenn wir jetzt Skelette sehen, ähm. Hast du jetzt'n Apfel gegessen? Ne, ne? Ich hab' einen Apfel gegessen, ja. Ja, okay, dann nenne ich auch einen. Ähm. Erst wenn, den, 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 den nächsten, den nächsten erst im Combat. Ähm. Loll! Ja, Sophie, weißt du, wo wir sind? Wollen. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Oh! Dorf! Was ist ein Dorf? Ein bisschen weiter sind Pizze. Woher weißt du das denn? Wo hast du das dann doch? Hey, ich hab' nichts gesagt. Ja. Wir gewinnen das, Leute. Wir gewinnen das, oder? Ist Alp gut. Alp ist richtig krank. Ist es wirklich? Ja, ist er. Er ist richtig, richtig krank. Das wird schwer. Ja. Ja, jetzt, wo sind Pizze? Ja, Volker, lass mal einfach an der Border, wär jetzt so mein Vorschlag, einfach random, ohne irgendeinen Grund, wär jetzt einfach mein Vorschlag so an der Border entlang. Aufpassen, Bärenbüche. Lol, hat die jemand platziert? Oh, guck mal, süße Fuchsis. Lol, ich seh... Bist du das? Soll ich wieder Kinderfüchse schlagen? Oh! Hinter dem einfach ein Creeper. Die Frage ist, gehen wir in die Mitte und bauen uns was, wo wir... Lass mal ein Haus bauen! Was ist nicht gemeint, aber... Soll wir Alp einladen? Lass jetzt! Das war so laut! Das war so laut! Ich werde jetzt mein... Mann! Ich hab' einmal schießt, der noch. Ich hab' drei Herzen. Das war so laut! Äh, wie viele, äh, Pfeile hast du? Zwei. Dann geb' ich dir mal ein paar, mein Komma her. Lass mal in die Mitte gehen. Der wird, äh... Oh no! Oh no! Ich seh, was er getan hat. Oh no! Oh, warte mal! Das waren die mit MLG! Vielleicht liegt da Lut? Lol! Ja, nee, ich glaub' das ist mittlerweile despawned. Meinst du? Ja, natürlich! Finde ich glück! Nee. Einfach pummel! Ey, das ist der Spawn-Chunk! Äh, da... Äh, ist da! Zone! Ich hab' jetzt... Was? GG! Ich hab' actually nix gemacht, ne? Ich wollte dich einfach mal kämpfen lassen. Ich hab' jetzt... Ja. Ich hab' jetzt... 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 Alright! Aber... Hey, dann... Ja... Dann herzlich willkommen zu der... der Siegertruppe, ja? Naja, ne? Jetzt gibt's auch ne Statue für dich! Ja, ne? Erstmal mitgemacht, erstes Mal gewonnen! Ja. Aber auch nur weil... Jetzt machst du nie wieder mit und sagst einfach, du hast ne Win-Rate von 100%! Okay. Ja. Alles klar. Gut. Aber dann war's mit der Season... War nett! War nett! War nett! Alles klar! Dann, äh... Ja, schaut mal bei Sophie vorbei! Bitte nicht! Ha! Äh... Und wir sehen uns in der nächsten Season! Äh... Heute Abend Karma! Also, gerne mitmachen! Bis denn! Ciao! Zäh! Tlied! Ja, Québun,